Für Fans von Anna Heiser ist es fast schon ein Ritual. Oft meldet sich die Auswanderin am Sonntagabend mit einem neuen Instagram-Post, in dem sie private Einblicke gibt. Diesmal hat es ihre Nachricht allerdings wirklich in sich. So schreibt sie, Rechtschreibung in allen Zitaten übernommen, das Jahr zwischen unserem Kennenlernen und der Hochzeit war sehr turbulent. Wir wurden durch die Strömung der Geschehnisse getrieben, große Gefühle, schnelle Verlobung, heimliche Hochzeit fünf Monate nach dem Kennenlernen, Geralts Krankheit, Liebe auf Entfernung, Umzug an das andere Ende der Welt, zwei weitere Hochzeiten und das Ganze in Begleitung von Kameras. Beide hätten Vollzeit gearbeitet und kaum Zeit gehabt, über das Geschehene nachzudenken. Wir klammerten beide an dem Gefühl, dass wir zueinander gehören, ohne uns wirklich zu kennen, so die gebürtige Polin. Am Morgen nach ihrer polnischen Trauung sei sie völlig überwältigt gewesen. Weinend habe sie mit ihrer Mutter zusammengesessen. Ich hatte Angst davor, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist, alles hinter mir zu lassen. Ich hatte Angst vor der Zukunft. Mehrfach sei sie kurz davor gewesen, das Handtuch zu schmeißen und zurück nach Deutschland zu ziehen. Ich habe mich trotz Geralt einsam gefühlt und auch die finanzielle Abhängigkeit von einem Mann hat mich fertig gemacht. Denn ich habe seit meinem 16. Lebensjahr gearbeitet. Wie die Fans wissen, ist es anders gekommen. Mittlerweile ist Anna Mutter von zwei Kindern und weiterhin glücklich mit Farmer Geralt verheiratet. Dafür habe sie sich durchgebissen, so die 33-Jährige. Ich habe mich mit der Zeit finanziell unabhängig gemacht, habe eigenen Freundeskreis aufgebaut und fühle mich hier, in Namibia, zu Hause. Obwohl der Anfang holprig war, war es richtig auf das Bauchgefühl zu hören. Denn wir haben alles, was wir uns gewünscht haben. Wir haben uns und unsere kleine Familie, zieht Anna Bilanz.